Wie fandest du Marek, den mit dem Stab aus Staffel 2? Ich muss dir ganz ehrlich sagen, mir ging so gut wie jeder Charakter irgendwann einfach nur noch auf den Sack. Ich fand Marek ganz interessant. Ich meine, er hat eine interessante Backstory und generell eine interessante Story. So ist es jetzt nicht. Äh, äh? Hä? Hä? Das sieht feinig aus. Hä? Hä? Ich meine, hä? Mennst du mit? Äh, hä? Äh, okay, äh, dann kriegst du einen Luxusball. Ich... Ich...